Eine tiefe Venenthrombose ist ein Krankheitsbild, das zu lebensgefährlichen Komplikationen führen kann. Dennoch bleibt sie oft unentdeckt, denn die Untersuchung mittels Ultraschallgerät bedarf jahrelanger Erfahrung. Ein Traum wäre also ein System, welches Ihnen ermöglicht, auch ohne Unsicherheiten selbstbewusst eine tiefe Venenthrombose zu untersuchen. Hierfür haben wir die Lösung. Unser hochentwickeltes KI-System unterstützt Sie in jedem Untersuchungsschritt. Von der Suche nach einer kritischen Vene, der Analyse der Thrombose bis zu einer vollständigen Auflistung aller relevanten Befunde. Sogar die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Patienten oder Ihrer Patientin kann unser System vielfältig unterstützen. Neugierig? Wir möchten Ihnen ein paar herausragende Innovationen unseres Systems vorstellen. Direkt zum Start der Untersuchung bringt Sie das System auf die richtige Spur. Es weiß immer, wo sich der Schallkopf gerade auf dem Bein befindet. Hierbei unterstützen Sie mehrere Übersichtsanzeigen auf dem separaten Bildschirm, welche Ihnen mögliche Auftrittsstellen eines Thrombos, den Behandlungsfortschritt und das Ultraschallbild zeigen. Altbewährtes mit neuem ergänzt. Haben Sie mit dem Ultraschallkopf eine Vene lokalisiert, wechselt das System automatisch in einen Analysemodus und unterstützt Sie bei der Untersuchung einer einzelnen Vene und dem Auffinden einer kritischen Stelle. Eine Markierung der Vene hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten. Des Weiteren gibt Ihnen das HD-Vibrationssystem im Ultraschallkopf ein völlig neues Gefühl für die Vene und hilft Ihnen, diese abzufahren und Ihre Aufmerksamkeit auf relevante Informationen zu fokussieren. An der kritischen Stelle die Vene mit dem richtigen Druck komprimieren? Einfacher als je zuvor. Durch die integrierte Druckanzeige können Sie auch ohne Vorerfahrung mühelos und automatisch einen Befund aufnehmen. Mit Hilfe der Bilderkennung zeigt das System einen vorliegenden Thrombus an und markiert die relevante Stelle. Signalisiert Ihnen das System den Abschluss der Untersuchung, können Sie zu der Zusammenfassung wechseln. Hier werden Ihnen die Diagnose- und Handlungsempfehlungen aufgelistet. Diese Befunde können Sie natürlich frei weiter bearbeiten und an zuständige Abteilungen weiterleiten. Ihnen ist unwohl dabei, gänzlich auf das System zu vertrauen? Natürlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Daten und Entscheidungen des Systems einfach nachvollziehen zu können, um ein sicheres Gefühl nach Abschluss der Untersuchung zu haben. Ein weiterer integraler Bestandteil ist die Kommunikation mit dem Patienten oder der Patientin. Während der Untersuchung wird der zu behandelnden Person, der Behandlungsfortschritt auf einem separaten Display angezeigt, sowie weitere Informationen. So können Sie sich voll auf die Untersuchung konzentrieren. Das System bietet Ihnen einen umfangreichen Präsentationsmodus, welcher Sie dabei unterstützt, abschließend dem Patienten oder der Patientin die Diagnose zu erklären. Dann kann Sie sicheres der Körper nach Abschlussberreciern. Dann setzt sich aus Hiebehone mit dem Patienten, sie sie bieten,abilities outro zu nehmen. Im Nachrichten wird derrいうこと, zu très guten Taste.